Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und heute mal ein klein wenig ungewöhnlich, denn diesmal eine Verlosung, bevor es denn eigentlich schon die Kritik zum Film gab, aber ich werde es nachholen und zwar Johnny English, jetzt erst recht seit einiger Zeit im Verleih, sicherlich bald im Verkauf und eine Kritik wird auch noch folgen, aber mich hat Verlosungsmaterial erreicht und diesmal machen wir zur Abwechslung eine Facebook-Verlosung, nachdem mir Facebook mein erstes Profil gesperrt hat und sehr viele einfach noch gar nicht mitbekommen, dass es ein neues gibt, machen wir diesmal zur Abwechslung eine Verlosung dort, aber was gibt es erst einmal und zwar gibt es diese Johnny English Shirts, so halb im Jackett T-Shirt-Look, ein aufgedrucktes Jackett auf einem T-Shirt, irgendwie so, hier könnt ihr mal gucken, ansonsten seht ihr es ja auf dem Bild und davon gibt es drei Stück, zweimal Größe L, einmal Größe S, also auch für die Damen was dabei und im Grunde ganz einfach, einfach nur hier unten in der Infobox, erster Link ist das Facebook-Profil liken und dann dort unter meinem Kommentar, was ich schreiben werde, Johnny English Verlosung, einfach kommentieren und dann wird das Ganze per random.org ausgelost und wir lassen uns natürlich sogar ein klein wenig Zeit und zwar ganz in Ruhe bis Sonntag 23.59 Uhr, also ein paar Tage Zeit, ich freue mich, wenn ihr dabei seid auf Facebook, ich hoffe diese Verlosung ist mal neben Blu-Rays und DVDs sonst eine Abwechslung und für den einen oder anderen Fan ja vielleicht auch das Richtige und das war jetzt nochmal ganz schnell zwischendurch, eine Kritik folgt heute natürlich noch und ich sage danke fürs Einschalten und bis gleich und damit tschüss! jetzt! jetzt!